Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem AT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video habe ich mal was ganz Besonderes, und zwar ein Original Apple iBook. Also kein MacBook, wie man vermuten könnte. Nee, dieses Gerät hier, das ist noch ein iBook, das aus dem Jahr 1999 ist. Wirklich interessant, hat einen Zuschauer gespendet und ist in einem ganz klasse Zustand. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Das hier ist ein iBook G3, das kam 1999 auf den Markt, also vor ziemlich genau 20 Jahren. Und ja, siehe da, super, es funktioniert immer noch, auch nach 20 Jahren. Gekostet hat es damals ungefähr so 3.800 Mark. Und das war natürlich ordentlich viel Geld, auch wenn man das heute in Euro mit der Inflation umrechnet. Und ja, da ist die Frage, was hat man damals für gekriegt? Und ja, da ist leider natürlich auch wieder das Typische von Apple. Natürlich ein interessantes Design, aber technisch gesehen hat man da relativ wenig für sein Geld bekommen. 3.800 Mark sind heute umgerechnet so 2.900 Euro. Wenn man 2% Inflation in den letzten 20 Jahren pro Jahr noch mit dazu rechnet, ist ganz schön viel Geld. Was hat man dafür gekriegt? Natürlich ein interessantes Design, da komme ich gleich mal zu. Und hier sogar ein Farbbildschirm. Der hat aber natürlich auch den Nachteil, der hat nur 800 mal 600 Punkte. Ist aber ein ganz klares Bild. Kann ich wirklich sehr gut sehen. Also die Qualität von dem Display ist hervorragend. Aber eben, naja, die Auflösung ist natürlich ein bisschen schlecht. Der Nachteil ist, man kann an dieses Notebook auch keinen externen Monitor anschließen. Das war sozusagen die Sparversion und naja, gut, die kam 1999 raus und das hat sich so an Einsteiger gerichtet, an alle, die halt den iMac hatten und kannten. Also dieses poppige, bunte und die natürlich dann jetzt hier ein Notebook haben wollten. Ja, da sind 32 Megabyte RAM drin gewesen für den Preis. Eine 3,2 Gigabyte Festplatte. Und hier neben hat es ein optisches Laufwerk. Das ist aber auch kein Brenner oder sowas. Das ist einfach nur ein CD-ROM. Ich glaube 24-fach müsste das hier sein. Dann war Mac OS 8.6 drauf. Und hier ist noch ein Ethernet-Anschluss dran. Ein USB-Anschluss, also eins, also ein Stück. Man kann nur eine USB-Maus dran anschließen. Oder hier dann so ein Hub, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und da ist eingebaut an Grafikkarte so eine Rage, eine ATI Rage Mobility. 4 Megabyte RAM hat die. Und der Rechner da läuft mit 300 Megahertz. Und das war damals natürlich jetzt auch nicht so besonders schnell. So sieht das Notebook, das iBook von der rechten Seite aus. Das klappe ich auch gleich mal zu und zeige es nochmal. Hier ist dann das optische Laufwerk. Das hat auch so eine Blende hier vorne, so einen Plastikabschluss, dass das hier alles zusammenpasst. Haben die wirklich sehr hübsch designt. Mein iBook hier, das Laufwerk, das ist wirklich in einem guten Zustand. Da ist noch eine kleine Fussel, aber hier sieht man keine Kratzer oder sowas. Wirklich ganz super toll. Und hier drüben, da ist der Stromanschluss. Und da kommt dann hier der Stecker von dem Netzteil rein. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist tatsächlich ein Stromstecker. Ja, gespendet hat das Notebook der Kevin aus Bonn. Da sage ich mal vielen Dank an den Kevin. Das ist wirklich ein super schönes Stück, auch mit dem originalen Netzteil. Das hier ist tatsächlich ein Netzteil. Das haben die auch schön designt. Bei Apple hat es so eine Form wie so ein UFO eigentlich genau genommen. Wie so ein Jojo. Und da kann man hinten das Kabel hier so rumwickeln. Und da kann man es dann auch aufwickeln. Ob das natürlich unbedingt so gut ist, ist die andere Sache. Das Netzteil wird natürlich warm. Und wenn man natürlich bei einem warmen Netzteil das Kabel drum wickelt, dann wird das Kabel natürlich auch wieder aufgewärmt. Und wenn man es sich mal genauer anguckt, hat sich das auch ein bisschen verfärbt. Und das Kabel ist auch ziemlich weich. Also ich glaube, da ist der Weichmacher rausgegangen. Also wenn man es so anfasst, dann klebt das so ein bisschen. Und das ist wohl dieser Kunststoff, dieses Plastik. Also genau genommen der Weichmacher, der hier drin ist. Der geht dann langsam hier raus. Und ja, mal gucken, wie lange das Kabel das noch aushält. Ist aber auf jeden Fall auch schön durchdesigned. Da kann man den Stecker dann hier so reinstecken. Und dann fällt es hier nicht raus. Hier unten das. Das ist auch nicht festgemacht. Das kann ich hier so abziehen. Und dann habe ich hier das Netzteil. Wird aber gut warm. Also das läuft jetzt hier so zwei Stunden. Und ja, ist schon merklich heiß geworden. Und dann schließe ich es mal wieder an. Und hier oben, wie gesagt, da hat es hier noch so ein Nibbel dran. Und der kommt dann hier so rein. Und dann ist das so jojo-förmig hier zusammen. Ich habe das Kabel mal ganz raus gemacht hier aus dieser fliegenden Untertasse. Und hier sieht man auch schon, oh je, das sieht gar nicht so gut aus. Da ist irgendwie der Kunststoff zusammengeschnurrt. Der hat sich wohl ein bisschen reduziert. Und hier hat man blankes Metall. Ich hoffe mal, es ist nur die Erdung. Aber ich mache das mal so ganz vorsichtig wieder rein. Aber ist natürlich klar, wenn man das hier so zieht, dann reißt irgendwann hier diese Außengummierung ab. Und dann liegt das hier frei. Das kommt wahrscheinlich auch durch dieses Ziehen, damit man das hier rausholen kann. Weil das ist ziemlich fest hier drin. Ich mache es noch zweimal drum. So, noch einmal. Und dann schließe ich es jetzt so wieder an. Verkauft hat Apple dieses interessant designte Modell als Klemmshell. Also Shell für Muschel und Klemm dann schnappen oder klemmen oder wie auch immer. Interessant ist jetzt hier, wenn ich das hier so zumache, dann schnappt das tatsächlich ein bisschen nach. Also ich drücke das mal hier so ein bisschen runter und irgendwann kommt der Punkt. Und dafür sind hier unten wahrscheinlich diese Punkte verantwortlich. Das sind so Metallstifte, die hier rausgucken. Jetzt geht es erstmal nicht weiter. Und wenn ich dann mit größerer Kraft drücke, schnappt es dann von selbst zu. Also da kann man sich auch prima die Hand drin einklemmen und macht man so runter. Und jetzt drückt hier, das spürt man über eine Feder, hier das Oberteil aufs Unterteil. Und das Ganze ist dann hier so muschelförmig. Das haben die wirklich hübsch designt. Und kenne ich so auch von anderen Notebooks, weder früher noch heute, mehr, dass sowas mal so designt wurde. Also hier oben, das steht ein bisschen über, da kann man reingreifen. Und hier ist es ganz flach. Und wenn man hier das zumacht, dann geht der Deckel außen so ein bisschen rum. Und hier kann auch jetzt nichts rein. Also wenn man eine Flüssigkeit hätte, die würde hier außen vorbeilaufen und nicht wie bei aktuellen Notebooks genau in die Mitte. Und hier drüben so in etwa auch. Aber hier überlappt eben der Deckel oben ein bisschen diese Unterschale. Auch wirklich interessant und äußerst clever gemacht von Apple. Hier gibt es einen Griff, da kann man es mit tragen. Und das ist der Griff. Und ich lasse ihn los. Dann schnappt er hier oben im Deckel ein. Sieht erstmal aus wie ein Teil von einem Deckel, wie einfach nur so eine Plastikverzierung. Ist es aber nicht. Kann man ganz einfach hier so hochklappen. Dann kann man das Notebook hier so nehmen und kann es hier tragen. Und ja, warum haben die das so gemacht? Der ein oder andere, ja, der sieht es natürlich schon. Klar, hier das Apple-Logo. Hier auf der anderen Seite ist ein Apple-Logo. Also wenn ein Student in den 90ern mit sowas hier über den Campus gelaufen ist, da hat natürlich jeder gesehen, was er für eine Marke hat. Und das war natürlich eine Riesenwerbung für Apple. Interessant ist auch das Apple-Logo. Das ist bei heutigen Notebooks ja andersrum. Das steht ja dann auf dem Kopf. Und hier unten, da sieht man, das ist wirklich sehr auffällig. Also so ein Design hat kein anderer Hersteller. Und ja, wenn jemand sowas getragen hat in der Öffentlichkeit, war das natürlich eine Riesenwerbung für Apple gewesen. Deswegen natürlich auch der Griff, damit man es eben nicht in eine Tasche steckt, in irgendeine schwarze Tasche und da noch das Netzteil reintut. Und keiner sieht es dann, sondern Apple ist ja immer was, was gezeigt werden will. So ein Design fällt natürlich auch immer sehr stark auf, wenn man das irgendwo in einem Hörsaal oder sowas benutzt oder benutzt hat. Dann hat so ein Notebook hier gestanden. Und wenn einer ein IBM-kompatibles Notebook hatte, dann sah das meistens so aus. Und da braucht man sich jetzt nicht fragen, welches Design mehr auffällt und welches schöner ist. Das ist ein Toshiba und das ist ja wenigstens noch grau. Aber alle anderen waren natürlich und sind natürlich heute auch in der Zeit meistens schwarz oder hatten irgendein dunkles Silber gehabt. Und klar, wenn natürlich irgendein Student oder irgendjemand in einer Konferenz so ein Notebook hatte, das ist natürlich deutlich mehr aufgefallen als so eins hier. Also so eine tolle Werbung konnte man über das Design machen und die Leute, die sowas hatten, die sowas vor allem auch leisten konnten, die haben das natürlich auch gerne so gezeigt. Also ich kenne jetzt keinen, der das hier abgeklebt hat. Und hier habe ich noch ein echtes MacBook, also ein MacBook, kein iBook. Und das ist von dem Werner aus Rheine, sage ich mal vielen Dank. Super, Dankeschön dafür, funktioniert auch. Das zeige ich mal in einem anderen Video. Und was ich jetzt hier mal zeigen will, ist das Logo. Da habe ich einmal hier das Logo, was auf dem Kopf steht bei dem iBook von 99. Und die nachfolgende Generation und die nachfolgenden Generationen, die hatten eben oder haben eben den Apfel dann richtig rum. Dafür haben die natürlich auch kein Henkel mehr. Also hier habe ich den Eindruck, dass Apple extra den Henkel so designt hat, dass das Logo nach oben zeigt, wenn man es am Henkel trägt, wie eben zu sehen. Und hier, das ist natürlich jetzt nicht mehr zum Darumtragen. Das ist dann mit Sicherheit in irgendwelche Taschen reingekommen. Und da war es natürlich sinnvoller, dass das Logo hier so hoch zeigt. Also wenn das irgendwo in einem Konferenzsaal oder sowas betrieben wird, dann hat man die Werbung richtig rum. Das sah natürlich hier jetzt ganz anders aus. Aber da hat sich wohl der Designer durchgesetzt, der gesagt hat, nee, so ein Notebook, das wird meistens irgendwo rumgetragen, auf dem Campus oder durch die Stadt. Und da kommt die Werbung dann besser. Was hat man noch gekriegt für teuer Geld? Ja, so sieht das Notebook von unten aus. Hier unten ist der Akku drin. Den baue ich nachher mal raus und da auch wieder dann das Logo. Das weiße hier, das ist jetzt kein Schmutz oder sowas, sondern das ist hier dieser Gummi, der sich langsam auflöst. Da schiebt man das natürlich immer über den Tisch, auch wenn hier die Füße sind. Aber dennoch kommt man immer irgendwie dagegen. Oder kann natürlich auch sein, dass der Vorbesitzer da eine andere Unterlage oder sowas gehabt hat. Das ist natürlich hier, das sieht man im Video nicht so gut, das ist Soft-Touch, also das ist so Gummi-artig. Kann natürlich sein, dass hier Hartplastik ist und eine Soft-Touch-Beschichtung hat. Oder ist es natürlich auch möglich, dass hier dieser Gummi wesentlich dicker ist. Das kriegt man so nicht raus und ich will auch hier nichts kaputt machen. Aber so wie sich das verkratzt jetzt hier, da vermute ich mal, dass das hier unten auf jeden Fall eine Soft-Touch-Oberfläche ist und keine dicke Gummierung. Das sind also die Schnittstellen, die man kriegt. Hinten schon mal keine, dafür eben den tollen Griff. Aber sonst sind da keine Schnittstellen oder ähnliche Sachen hinten dran. Und auf der linken Seite, da hat es hier einmal das unvermeidliche Modem. Kann man natürlich heute nicht mehr benutzen. Netzwerk, Buchse, immerhin ist vorhanden. Da kann ich das Internet vom Router ranstecken und da kriegt er auch direkt eine Verbindung. Hier ist die einzige USB-Schnittstelle und hier habe ich einen Ausgang für einen Kopfhörer oder für externe Lautsprecher. Ihr habt ja bestimmt eben schon gesehen, die standen auf dem Tisch, die habe ich schon rausgesucht. Also Mikrofon hat es keins. Einmal USB und das scheint auch USB 1 zu sein, so langsam wie das ist. Netzwerk und Modem auf dieser Seite. Vorne hier ist gar keine Schnittstelle, geht ja auch nicht. Da klappt ja auch hier der Deckel rum. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, hat es einmal das CD-ROM. Also kein Brenner oder sowas und nur ein CD-ROM und hier den Stromanschluss. Und das war es auch schon. Also allzu viele Schnittstellen hat man da nicht gekriegt. Ich habe das iBook wieder eingeschaltet und hochgefahren und ich zeige das nochmal von hinten. Hinten das Logo, das Apfel-Logo, das leuchtet nicht in keinster Weise. Weder das Logo selber noch außenrum. Im Internet habe ich einige gesehen, die außenrum wohl leuchten. Und es kann natürlich sein, dass das spätere Modelle waren, dass es nicht die erste Generation war. Das ist tatsächlich noch die allererste Generation an iBooks, die rausgekommen ist. Und hier drüben sieht man dann, bei den späteren Modellen ist das Apfel-Logo natürlich immer beleuchtet. Der Kunststoff, der ist teilweise durchsichtig. Hier sieht man zum Beispiel die Finger hinten durch den Deckel durch. Und hier unten ist der Deckel hell oder weiß. Hier oben ist er dann so bläulich. Blueberry heißt es ja. Diese Modelle gab es in so einer Art Orangestern im Blueberry. Dieses also, das waren die, die zuerst rauskamen. Und später gab es das dann nochmal in Grafit, Indigo und dann irgend so was Grünes. Und die Maus, die der Kevin aus Bonn dabei gelegt hat, die ist nicht original. Aber die ist auch so transluzent. Also man kann durchgucken durch den Kunststoff und kann das Innere sehen. Ist wirklich sehr schön. Gab es damals eine ganze Menge. Gab es auch bei PCs. Gab es auch komplette PC-Gehäuse in dieser Farbe. Da konnte man teilweise auch durchschauen. Hatte ich mal gehabt. Muss ich mir wieder mal eins besorgen. Mal gucken. Und ja, hier sieht man auch bei dem Kabel. Da kann man durchschauen und sieht dann die Isolierung innen drin. Also die Folie passt wirklich super gut dazu. Auch wenn es nicht die original Maus ist. Und die schließe ich mal an. Problem eben nur ein USB-Stecker. Also ein bisschen wenig. Also zwei sollte man eigentlich schon mal da dran machen. Da braucht man direkt auch wieder dann gleich einen Hub. Und da habe ich auch noch einen passenden USB-Stick zu gefunden. Wobei der jetzt nicht so alt ist. Und wenn man das natürlich alles dann jetzt hier anschließt, dann hat man auf einmal wieder ziemlich viele Kabel. Das ist natürlich dann nicht so schön. Und mal gucken, ob es erkannt wird. Der Hub, der passt auch noch ganz gut dazu. Der leuchtet auch. Jetzt ist er gerade blau. Da ist so eine RGB-LED drin. Und jetzt wird er rot. Jetzt wird er grün. Ja, das ist ein interessantes Gerätchen. Schöner Effekt. Und dann kann ich dann hier mitarbeiten. Ist natürlich die Frage, was kann man mit so einem Gerät heute noch machen. Das ist also ein bisschen grenzwertig. Also hier muss man erst mal sagen, funktioniert die Hardware wirklich sehr gut. Überhitzt auch nicht. Das ist jetzt den ganzen Tag gelaufen. Und auch die Tage vorher, wenn ich hier die Hand drauf halte, dann wird es hier ein bisschen wärmer. Hier müsste die Festplatte drunter sein. Aber sonst gibt es da keine Auffälligkeiten. Bei dieser Hardware wirklich alles sehr robust. Auch hier der Bildschirm, wie gesagt, super Qualität von dem Display ist matt. Aber die Software, das ist halt so der Knackpunkt. Also aktuelle Sachen gehen natürlich nicht mehr drauf. Und der Kevin hat hier vorinstalliert. Da hat er die Platte scheinbar formatiert. Dann ist hier drauf Mac OS X, die Version 10 3.9. Und wenn ich hier auf Software Aktualisierung klicke, da kriege ich natürlich keine Updates mehr oder ähnliches. Und da sind jetzt verbaut Prozessor 300 MHz, Speicher 160 MB RAM. Ist eine ganze Menge, wenn man mal bedenkt, dass das Gerät nur mit 32 MB RAM ausgeliefert wurde. Jetzt nicht Gigabyte sagen. Und ich öffne mal den Profiler, dann sieht man die Hardware. Und dann kann man auch als Windows-Nutzer schon mal abschätzen, was hier noch drauf läuft oder nicht. Ich gehe das mal durch, was das Gerät hat an Hardware. Da ist einmal hier ein PowerPC drin, G3, klar. 300 MHz und ja, ob es ein Intel 300 MHz oder ein PowerPC, das eine ist nicht zwangsläufig schneller als das andere. 512 MB Cache in der CPU. Das ist natürlich auch relativ wenig. 160 MB Speicher und Busgeschwindigkeit 67 MHz. Das ist natürlich auch nicht so dolle. Und ja, das ist eben die erste Version, die erste Revision von diesem iBook. Die wurde ausgeliefert mit 32 GB RAM on board. Und das sieht man auch hier oben im Profiler. 32, jetzt habe ich eben doch Gigabyte gesagt. Ich schneide es aber nicht raus. 32 MB on board, Typ integriert. Und dann hat ein Benutzer eben noch mal 128 MB nachgerüstet. SD RAM PC 100. Und da hat er 160 MB, zumindest so ungefähr. Und das ist natürlich, ja, reicht für so die einfachen Sachen. Aber aktuelle Sachen kann man da mit eigentlich nicht machen. Und hier AGP-Karte, PCI-AGP-Karte, also Grafikkarte. Die ATI ist hier drin, eine Rage 4 MB. Das ist natürlich auch schon lange Geschichte, sehr historisch alles. Das Schlimmste ist aber die Platte, die hier drin ist. Hier ist eine Toshiba verbaut und die hat sage und schreibe 3 GB Kapazität. Und da hat mein USB-Stick, den ich eben rangesteckt habe, schon mehr. Der hat sogar 4 GB und da hatte ich aus Versehen runtergeladen für ein Macintosh Day of Tentacle, die Prologue-Version. Also dieses Fan-Projekt und das hat schon 1 GB, braucht man gar nicht drauf kopieren oder versuchen zu starten. Also das läuft hier definitiv auf dieser Hardware nicht mehr. Und selbst wenn es laufen würde, wäre das super langsam. SCSI gibt es hier auch nicht. Das ist eben eine Sparversion von einem Apple Macintosh, dieses iBook. Da gibt es keinen SCSI-Controller, keinen SCSI-Ausgänger und auch keine Geräte. Und bei diesem Notebook, bei diesem iBook, da gibt es auch nur einen Mono-Lautsprecher. Der ist hier vorne drin, den sieht man jetzt hier. Das ist der einzige Lautsprecher, den es gibt. Ich habe den anderen schon gesucht, aber auf der anderen Seite ist nur der Einschalter. Da gibt es natürlich auch keine Webcam und da gibt es auch kein Mikrofon irgendwo hier. Ich gucke mal bei USB und da habe ich hier USB bis zu 12 Megabit pro Sekunde. Ich stecke mal meinen Hub rein, den habe ich jetzt nicht reingesteckt. Mal gucken, ob der erkannt wird und was der kann. Den USB 2.0 Hub, den erkennt er richtig, der wird hier auch richtig angezeigt. Das bringt natürlich nichts und die Maus, die hat er auch gefunden. Hier unten, Novatec, ist der Hersteller und Firewire gibt es hier auch nicht an dem Gerät. Airport-Karte hat es auch nicht. Modem ist eigentlich eingebaut, zumindest war ein Anschluss da. Da findet er jetzt keine Informationen, Nanu. Aber gut, also Modem ist ja eh nicht mehr aktuell. Die Lautsprecher, die Stereo-Lautsprecher, die habe ich hier schon mal hingestellt und angeschlossen. Wie gesagt, das ist ja kein Stereo, das ist ja tatsächlich nur Mono. Und einige haben sich bestimmt schon gedacht, was machen diese riesen Dinger hier drüben. Und die habe ich mal ganz bewusst hier hingestellt. Zum einen sieht man den Unterschied im Design. Einmal dann hier in der DOS-Welt auf der linken Seite, auf der rechten Seite eben die bisschen wirklich schöner designte Macintosh-Welt, iBook und so weiter. Und da sieht man auch mal hier, was man früher so auf dem Schreibtisch gehabt hat, wenn man Windows-PC gehabt hat. Hier unten hat es dann den Einschalter. Das macht dann richtig klack. Wenn man das hier einschaltet, kann man auch noch hier nochmal ein Headset anschließen. Die habe ich mir dem Letzten gekauft. Für 5 Euro gab es die irgendwo bei Ebay Kleinanzeigen in Mainz. Und ja, da sieht man auch mal, was man so an Leistung dann natürlich hatte. Also wer damals Gaming gemacht hat, auch mit dem PC, mit Windows, mit DOS, der braucht natürlich schon so Lautsprecher. Und ich habe das mal ausprobiert hier. Also hier kommt nur ein laues Lüftchen raus mit dem Bing. Und wenn man ein bisschen Sound braucht, dann braucht man tatsächlich wirklich sowas. Ich habe hier mal die Systemsteuerung geöffnet. Und da kann man sich hier die eingebauten Klänge mal anhören über diesen Mini-Lautsprecher. Aber da hört man wahrscheinlich gar nichts. Und jetzt probiere ich es mal mit den Lautsprechern hier nebendran. Und da mal den Lautstärke-Regler ein bisschen aufdrehen. Und das ist natürlich schon gleich was ganz anderes. Also das ist natürlich deutlich besser hier drüben. Ich starte mal den Safari, den Browser. Und hier ist MacOS 10.3.9 drauf. Ist natürlich keine aktuelle Version, ganz klar. Aber eine andere gibt es auch nicht mehr für diese Geräte. Also viel aktualisieren kann man da nicht mehr. Und ich habe mal den Safari gestartet. Und was man jetzt nicht so gehört hat, die Festplatte, die hat hier gleich rumgekrackelt. Und hat hier gewerkelt. Also das ist schon ein bisschen anstrengend für den Rechner. Der wurde ja ausgeliefert mit MacOS 8. Und das war natürlich nicht so anspruchsvoll, was die Hardware betrifft. Google kann ich in der Tat sogar noch aufrufen. Aber sonst auch nichts. Sonst keine Seite mehr. Und ich tippe mal die Seite tooltime.de ein. Mal gucken, was da passiert. Und da gibt es natürlich direkt dann die Fehlermeldung. Konnte keine sichere Verbindung aufbauen. Und gut, diese alten Browser, die können das natürlich nicht. Die beherrschen halt nicht die neuen Verschlüsselungen. Also surfen geht hier schon mal nicht. Ich gucke mal, was der Monitor macht, was die Auflösung macht, was hier eingestellt ist. Und da klicke ich hier auf Monitor drauf. Das dauert immer ein bisschen. Und da hört man hier die Platte klackern und rappeln. Und hat 46 mal 480 Punkte oder 800 mal 600 Punkte. Und da habe ich jetzt hier auch nur 32.000 Farben. Kann ich noch auf 16 Millionen gehen, aber bringt mir hier jetzt gerade mal auch nichts. Ganz im Gegenteil, wenn man das damals gemacht hat. Heute merkt man das gar nicht mehr. Aber in den 90ern war es so gewesen, wenn man die Anzahl der Farben erhöht hat, dann wurde die Grafikkarte merklich langsamer. Und das war eben das Problem gewesen. Deswegen gab es auch hier die Einstellungen. Heute interessiert das ja keinen mehr. Da klickt man auf 16 Millionen Farben und fertig. Aber deswegen gab es damals eben hier diese Optionen. Gerade wenn man natürlich irgendwas geschrieben hat, irgendeinen Text oder sowas, dann brauchte man natürlich nicht so viel Farben, sondern da kam es eher auf die Geschwindigkeit an. Aber ich kann hier gar nichts einstellen. Also hier ist das meine Auflösung und mehr wird es dann auch nicht werden. Hier habe ich mir mal installiert. Leisure Suit Larry 1. Klicke ich mal drauf und da könnte ich das theoretisch starten. Praktisch aber nicht. Es gibt ja bei Macintosh immer diesen Klassik-Modus und der wird dann hier gestartet. Wenn das heute irgendwann nochmal startet. Ich habe jetzt ein paar Mal draufgeklickt. Ja, jetzt hat es das dann gestartet. Und jetzt möchte es Leisure Suit Larry 1 starten. Und da schaltet es eben um zu Mac OS 9. Startet eben nochmal diesen Klassik-Modus. Gibt es auch gleich hier eine Fehlermeldung mit dem QuickTime. Habe ich schon ein paar Mal nachinstalliert. Hat aber alles nichts gebracht. Fehlermeldung kommt immer noch. Und bevor jetzt jemand reinschreibt, man kann da die Systemerweiterung deaktivieren. In diesem Klassik-Modus habe ich auch probiert. Hat auch nicht funktioniert. Aber wer weiß, wie man sowas hier starten kann. Oder warum der Klassik-Modus nicht startet, der kann es einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Und ich werde hier aber wahrscheinlich bei diesem iBook eben das Mac OS 9 wieder drauf machen. Weil das Mac OS 10, was hier drauf ist, das überlastet halt die Platte schon. Und die hat ja auch eben nur 3 GB. Also hier wird es schon eng. Da sind nur noch 600 MB auf der Platte frei. Hier ist dann leider Ende im Klassik-Modus. Und hier geht es auch nicht weiter. Habe ich heute schon den ganzen Tag eine Stunde oder zwei gewartet. Und da kann man den Modus einfach nur beenden. Ich gucke mal hier After Dark Games. Vielleicht läuft da ja was. Das könnte ja sein. Mal schauen, ob das klappt. Und funktioniert auch nicht. Die After Dark Games habe ich auch heute schon den ganzen Tag probiert. Hat nie geklappt. Und was man hier auf jeden Fall machen muss. Man muss ja das Mac OS 10 runter machen und dann wieder das Klassik OS nativ drauf. Ich hatte ja mal ein anderes Video gemacht mit einem Macintosh G4. Blende ich hier oben mal ein. Und der ist ja wieder eine Generation weiter. Da liefen die Spiele ohne Probleme drauf. Und das ist auch der gleiche USB-Stick, den ich hier benutzt habe. Da habe ich mir die alle drauf gemacht und habe die jetzt auch hier installiert. Aber hier, das ist einfach wirklich schon eine ganze Ecke zu alt. Und keine gute Idee, eben hier Mac OS 10 drauf zu machen. Da muss das Native wieder drauf. Aber was am meisten eben auffällt, ist hier die Platte. Die müsste hier unten sitzen. Da höre ich auf jeden Fall immer laute Geräusche draus. Diese typische Geklicker und Geklacker. Das ist eben der erste Ansatzpunkt, dass man hier eine Platte rausmacht und eine SSD einbaut. Eine passende, es dürfte aber eine IDE-Platte sein, die hier drin ist. Das gestaltet das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Was Apple aber sehr schön gemacht hat, man kann hier ganz prima und leicht die Tastatur wechseln. Da gibt es hier so eine Verriegelung Nummer 1, Nummer 2 und hier ist die Nummer 3. Da kann man einfach mit dem Fingernagel hier so reingehen. Und dann sieht man schon, dann hebt sich die Tastatur ein bisschen. Nummer 2 habe ich auch schon gelöst. Und jetzt die Tastatur ganz locker. Und da kann ich jetzt hier einfach die Tastatur rausnehmen. Das hat Apple natürlich auch nicht gemacht, damit der User so leicht das selber reparieren kann. Sondern da werden natürlich die Tastaturen immer angepasst. Hier nochmal in der Nahaufnahme. Regel Nummer 1, Regel Nummer 2 und Regel Nummer 3. Und schon ist sie ab. Und da kann man die rausnehmen. Hier unten steckt die drin. Ist hier dann so drin befestigt. Und dann kann man das hier entfernen. Ich gucke mal, wie das hier unten drunter aussieht. Ja, da kann man einfach eine andere Tastatur dann rein machen. Und das macht Apple natürlich, wenn sie die Geräte ausliefern. Für jedes Land spezifisch geht das ein bisschen schneller. Und hier sieht man dann das optische Laufwerk zum einen. Also hier ist ja dann mein CD-ROM drunter. Das belegt ja diesen ganzen Platz hier. Und hier drüben ist dann die Festplatte. Da baue ich mal den Akku aus. Und hier drüben habe ich noch einen Mac Mini stehen. Den habe ich mir mal gekauft. So 2011. Und da sieht man natürlich, wie das Design sich hier geändert hat. In diesem Zeitraum. Der ist ja auch jetzt schon 8, fast 9 Jahre alt. Und das ist halt wirklich sehr einfach designt. Der hat auch schon den eingebauten Nachteil, dass er super heiß wird. Wenn der mal ungefähr so 2, 3 Stunden läuft. Gerade im Sommer kann man hier nicht mehr gefahrlos draufgreifen. Alle Anschlüsse hinten quadratisch praktisch gut sozusagen. Ist Metall. Und ja, so hat sich das Design hier dann wirklich geändert. Wobei ich finde das hier wirklich besser. Den Akku nehme ich mal aus, wenn er überhaupt noch drin ist. Da braucht man hier so eine Münze für. Nummer 1, Nummer 2 ist gelöst. Dann kann der Deckel hier ab. Und das hier ist innen drauf gedruckt. Sehr schön. Und hier ist dann der Akku. Den kann ich hier rausnehmen. Und ich sehe jetzt, hier ist ein Original Akku. Oder sollte zumindest einer sein. Man weiß ja, wie das ist. Was man im Netz da alles kaufen kann, wo Apple draufsteht. Und der ist hier Copyright 99. Ich befürchte mal, der ist auch 20 Jahre alt. Und so einen Akku, den sollte man natürlich im Idealfall entsorgen. Oder wenn man den schon aufhebt, dann außerhalb vom Gerät. Aber den würde ich jetzt hier auch nicht drin lassen. Ist eh kaputt. Ich habe vorhin mal den Stecker rausgezogen im laufenden Betrieb. Und da ist er direkt ausgegangen. Diese Apple-Generation ist ja wirklich sehr toll. Die kann man sogar noch auseinanderschrauben. Da gibt es sogar richtige Schrauben. Und bis jetzt bin ich noch auf keinen Kleber gestoßen, den man hier wegmachen muss. Aber das kann sich auch noch ändern. Hier an dieser Stelle ist normalerweise die Airport-Karte. Aber die ist ganz offensichtlich bei diesem Modell nicht drin oder nicht mehr drin. Und ich mache mal hier diese Abdeckung ab. Das müsste die Abdeckung sein von den RAM-Modulen. Ja, hier unten sind sie dann. Und da sieht man auch das nachgerüstete RAM-Modul. Die Schrauben, die tue ich einfach hier so wieder ganz locker rein. Und lege das hier nebenhin, damit ich das nachher auch entsprechend zuordnen kann. Und hier habe ich so eine kleine Plastiklasche. Da kann ich vorsichtig dran ziehen. Jetzt habe ich die Tastatur abgemacht. So einfach geht das hier. Und da kann man die Tastatur tauschen gegen eine mit einem anderen Layout. Oder gegen eine, die funktioniert. Und hier unten sieht man wahrscheinlich den Hauptspeicher, den aufgelötet in die 32 GB. Und hier oben drüber ist das draufgesteckte Modul. Bei diesem iBook, bei dieser Clamshell-Serie, da muss man mit allen Tricks arbeiten. Auch mit einer Büroklammer. Und drücke ich hier neben in das optische Laufhack rein. Dann geht es auf und dann sieht man erst die versteckte Schraube, die hier unten drunter ist. Und die muss natürlich auch raus. Die Schrauben habe ich alle rausgemacht. Und jetzt kann man hier oben die Abdeckung entsprechend vorsichtig hier abnehmen. Zumindest oben unten ist die noch mal ein bisschen eingerastet. Und hier drüben klemmt so noch ein bisschen, so wie das halt bei Notebooks so üblich ist. Hier sind noch zwei Kabel, die man vorher lösen muss, bevor man das Ganze abnimmt. Und einmal hier den Lautsprecher, den habe ich jetzt mal abgetrennt. Das ist dieser hier drüben. Der Lautsprecher ist hier angeschlossen, ist ja nur Mono. Und hier unten gibt es noch mal das Kabel für das Touchpad. Das sieht man jetzt ganz schlecht. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Da kann man das hier anheben und rausziehen. Und jetzt kann die ganze Plastikabdeckung hier rausgemacht werden. Kann man hier leicht anheben. So auf der einen Seite und dann nach vorne drücken. Und dann löst sich das ganz vorsichtig. Sonst bricht hier alles auseinander. Auch nicht ruckartig. Immer so eine Abdeckung wegziehen von einem Notebook. Ganz egal, was das ist. Sonst kann es sein, wenn man ein Kabel vergessen hat, dass man was abreißt. Und ja, hier sind es nur zwei Kabel gewesen. Einmal hier unten ein Touchpad. Hier oben der Lautsprecher. Sehr übersichtlich. Hier noch ein bisschen Metall unten dran. Und so sieht das dann aus. Im Vergleich zu allen geklebten iPads, da habe ich auch noch eins liegen. So ein iPad 2, was nicht mehr angeht. Das hat fünf Jahre gut funktioniert und jetzt dann irgendwann nicht mehr. Muss ich auch mal auseinander bauen. Aber im Vergleich zu dem ist so ein altes iBook noch richtig servicefreundlich bis zum gewissen Punkt. Und zwar, das ist genau dieser Punkt, wo wir jetzt hier sind. Und hier ist das optische Laufwerk. Das kriegt man recht leicht raus. Da muss man hier nur diese Schraube raus machen. Kann es dann zur Seite rausziehen, wie das üblich ist. Und hier sieht man auch schon anhand des Steckers, das ist ein IDE, also ein Atapi-Laufwerk. Und hier die Platte, ja, die ist ein bisschen schwieriger rauszubekommen. Dann muss ich hier bei diesem Modell alles abschrauben, alles ausbauen, auch das Display. Und hier gibt es eine große Metallabdeckung, das ist diese hier. Die ist aber nicht nur um die Platte rum, sondern die geht einmal hier so ein bisschen außenrum hier oben. Also dieses Teil hier oben ist mit diesem hier verbunden und ich muss hier alles raus machen. Und da bin ich mal überlegen, ob ich das mache, weil hier sollte man mal eine andere Platte einbauen. Und 3 GB ist definitiv zu wenig, gibt es auch wohl mit 10 GB, aber hier sollte schon so was wie eine SSD rein. Und da muss ich mal gucken, ob ich da mal eine für bekomme. Ich habe das Ganze jetzt wieder zusammengebaut. Die Schrauben habe ich noch nicht reingemacht, das lasse ich erst mal so ein bisschen locker. Und da gucke ich mal, ob ich da irgendeine IDE-SSD für bekomme, für finde, die da A reinpasst und B überhaupt funktioniert. Das ist auch noch lange nicht gesagt bei alten Rechnern. So ab 99 sollte das eigentlich schon klappen, aber weiß man nicht so genau. Hier gibt es auch noch ein kleines Problemchen. Die Uhr, die setzt sich dauernd zurück und wurde hier auf 1970 wieder eingestellt. Also irgendwo ist hier noch die Batterie leer. Das ist auch noch so ein Problem, was es hier zu lösen gilt. Und wenn ihr euch auch so ein iBook kaufen wollt oder zulegen wollt oder eins habt, immer bedenken, da kann man relativ wenig mit machen. Man kann eben schon ein paar Spiele noch drauf spielen, aber die gibt es natürlich auch auf dem Emulator für Windows 10. Das ist natürlich auch kein Problem. Die kann man sich bei Steam teilweise mittlerweile einfacher runterladen und installieren, als man die auf so einem alten Gerät zum Laufen bekommt. Und von der Hardware ist es auch ziemlich eingeschränkt. Und wie man gesehen hat, ist es ein ganz schönes Gebastel, wenn man was aufrüsten möchte. Und selbst wenn natürlich, dann hat man auch immer noch alte Hardware. Also ein aktuelles Gerät hat man da nicht und hat immer noch einen Mono-Lautsprecher hier dran und braucht noch irgendwelche Stereo-Lautsprecher, um da überhaupt entsprechend auch Musik drauf zu hören. Und Video, achtet mal 600 Punkten, kann man natürlich leider hier jetzt ganz vergessen. Ist aber wirklich ein schönes Design-Gerät. Also vom Design, da ist das wirklich ganz klasse, wirklich super schön gemacht und sehr originell. Hier werde ich auf jeden Fall noch dranbleiben und das nochmal ein bisschen upgraden. Kommt vielleicht auch ein Video zu. Und was auf jeden Fall kommt, ist ein anderes Video zu dem MacBook, was ihr vorhin gesehen habt, von dem Werner aus Reine. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen oder Hinweise habt oder irgendwelche Links, schreibt die unten in die Kommentare. Das lese ich mir wirklich gerne durch. Und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr weitere Links zu Ersatzteilen und zu anderen Videos auf dem Kanal mit Macintosh, mit Apple. Und besucht doch mal die Seite tooltime.de. Die seht ihr hier drüben. Auf der Seite tooltime.de, die seht ihr jetzt hier. Da findet ihr noch hunderte andere Beiträge. Auch zum Thema Apple iMac wird 109 Grad heiß. Hier iMac G5 zerstört sich selbst während des Videos. Oder hier ein G4 für wenig Geld. Der funktioniert auch richtig gut. Oder wie man bei einem Apple iMac 27 die Scheibe vorne entfernt und den auseinanderbaut. Was kann man machen, wenn es da rote Streifen gibt? Und noch viele andere Sachen. Da findet ihr noch jede Menge Videos zum Thema Windows 10, auch noch zum Thema Windows 7. Wie man Windows Notebooks auseinanderbaut von Hewlett Packard, von Asus, von Acer, von Medion, von Sony und so weiter. Wie man Drucker repariert von Brother, von Canon, von Epson und von HP Tintenstrahldrucker. Wie man die reinigt. Da findet ihr auch ein Windows 10 Handbuch mit Dutzenden Beiträgen. Wie man Windows 10 schneller macht. Wie man Windows 10 einstellt und tunet. Und was man machen kann, wenn Windows 10 nicht mehr starten möchte. Wie man Windows 10 repariert. Schaut es euch einfach mal an. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert. Wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs. Oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut. Druckköpfe reinigt und instandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube Kanal. Da sind auch noch jede Menge Videos für euch. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube Kanal.